Bei der Winteruniversiade darf ich bei anderen grossen Wänden einfach das Moskotten nicht fehlen, das spüße der Wuli. In der Winteruniversiade darf für mich niemals Schnee fehlen, weil Schnee ist etwas zu beissig, was wir brauchen. Wir hatten mal eine Winteruniversiade in der Türkei, wo sie zwar Schneekanonen hatten, aber keine Wasserleitungen, weil sie davon ausgingen, dass sie ja immer Schnee haben, aber in diesem Jahr hatten sie einfach keiner. Die haben nicht trainieren können und im Rennen selber, es hat einfach so wenig Schnee gehabt. Es war wirklich schwierige Verhältnisse für überhaupt das Rennen durchzuführen. So viel zur technischen Seite, aber was am allerwichtigsten vor allem ist, sind die Emotionen von den Athleten selber, dass sie sich einbringen, von den Volontieren, dass sie das zum Sportwäsch machen, auch von den Organisatoren, von den Zuschauern, vom Publikum und der Bevölkerung der Schweiz, dass sie ihr Event tragen und mitlebend und mitfeierend und zeigen, dass wir eine Sportnation sind. Für mich das Wichtigste an der Winteruniversiade wird sein, dass es genug Schnee hat. Was für mich auf keinen Fall fehlen darf, sind wie gesagt gut organisierte Wettkämpfe, einfach eine coole Atmosphäre unter den Athleten und dann wird das eine super tolle Woche. Und dann wird das eine super policymakers- und der Aufmerksamkeit. Schnellen sie mit den